Ich weiß immer noch nicht, wer mal klickert. Ich hab auch keine Ahnung, was ich... Und damit herzlich willkommen zu Gangbeats. Mit dabei sind heute Detlef, Ragun und Böde. Und endlich haben wir es geschafft, ob wir spielen können. So, wir haben auch zu. Super Böde. So. Ich hab keine Ahnung, wie gibt... Oh Gott. So, Käpt'n Mökel ist hier. Ich kann Trimzüge machen. Eins. Zwei. Und drei. Und fahr. Ja. Oh. Pfeffi. Äh? Was musst du dachten? Ne. Leute, ich gewinne. Macht euch mal selber weg. Yay. Das tue ich. Ihr schafft das schon. Machst du mir ein bisschen Ruhe zum Böde. Ne. Hey. Au. Halt mich fest. Tschüss. Tschüss. Komm mal runter, du Freak, ey. Mach Böde runter. Hallo. Hallo. Hahaha. Hahaha. Mach Böde weg. Hallo. Hahaha. Haha. Kann man denn jetzt überpassen? Ey, hier. Schmeißen runter. Los, Packies, schmeißen. Was muss ich drücken? Ich halt mich ja fest. Ich hab deine Mütze. Hahaha. Nur meine Maske nicht abreißen. Die brauch ich. Halt den Abstand ein. Komm, die Frage Handschuhe. Genau. Halt den Abstand ein. Sie kriegen die Maske nicht, auch wenn's die letzte war. Niemals. Lass ihn los. Lass ihn los. Lass ihn los. Lass ihn los. Lass mich los. Fing er weg. Fing er weg. Los. Verdammt. Oh, nein. Doch. Oh, nö. Doch. Komm her. Ich freu mich schon gleich, wenn du Aufzug abspürst. Was kann man denn jetzt nur auf drücken? Ach, scheiße. Ich bin ja dahinter. Oh Gott. Ich hab mal meine Farbe gewechselt. Ich bin rot auf einmal. Hahahaha. 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 Wie kann man denn auch irgendjemanden schlagen oder so? Hahahaha. Ich hab das eben irgendwie gemacht, ich weiß nicht wie, aber du bist eh nicht K.O. gegangen. Hahaha. Hahahaha. Hhhhh. Jetzt wartet mal bevor wir klopfen und promoten. Wir möchten jetzt mal wissen, wer ich bin. Hahahaha. Nett. Lass doch mal. Leh los auf wie der alt wäre ist. Die alt wäre ist. Oh nein! Nein! Du hast nicht? Nein! Ich drück dann alle Tasten! Ich halte mich fest. Ich drück dann alle Tasten. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich werde alle fest. Ich werde nicht weichen. Ich werde nicht weichen. Ich weiß nicht. Der muss mich halten. Was macht denn der Schlepp? Was macht der Goon da? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte vielleicht kann ich euch so schlagen. Tschüss. Nein. Oh voll doof, wir sind schon alle runtergefahren. Nein, nein. Ja. Sehr cool. Mach dir einfach nicht den Ohr an. Komm, spring doch einfach runter. Achso, spring einfach runter. Es macht alles kein Ding. Ich freu mich. Ich freu mich. Detlef, mach was. Detlef. Ja, dich. Das ist ein Kaffee. Der ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee. Ich habe das nicht. Aber er gewinnt auch noch. Wie nennt das? Das ist nicht schön, ey. Könntest du dir ausdenken, ey? Wie geschlafen ist denn das? Oh Gott. Ist das doof? Scheiße, ey. Lass mich! Hä? Nein, ich... Raus mit dir! Raus mit dir! Komm mit mir los! Lass los! Nein! Lass du los! Nein, ich hab einen Igel! Warum halt ich mich an? Hilfe, ich wär's ja gewaltig! Ich geh euch an den Ohren, gelose Bengel! Ich schmeiß dich wieder ins Wasser! Oh Gott, ey! So'n Fensterputzer! Hilfe, ey! Aua! Du, jetzt gibts ein... Ja, Scheiße! Er lag gerade! Er lag gerade! Er lag gerade! Er lag doch! Er lag... Nein! Nein! Nehme wieder! Nehme wieder! Nehme wieder! Ah! Er kriegt mich nicht! Nein! Neneeneene! Oh! Nein! 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 Warum ziehst du mich damit runter? Ich bin schon wieder... Er hat schon zwei Sterne gewinnt gleich! Alter! Und sowas von nicht verdient, ey! Warum? Warum? Fracht auch noch! Los, Detlef! Lass doch mal kurz! Okay! Lass mich rein, lass mich in Ruhe! Es wird so blöd! Ich warte hier, bis ihr fertig seid! So! Ne, warte doch mal! Wer ist denn der besoffene Grüne? Das bin ich! Ich setze mich jetzt mal was hin! Boah, ist das anstrengend hier! Boah, ist das anstrengend! Auf jeden Fall! Yay! Nein! Guck mal, guck mal da runter! Hä? Ja! Guck mal da so runter! Was kann man denn immer tun? Hallo! Was ist die Füße? Detlef ist einfach runtergestürmt! Detlef, Alter! Was kann man denn tun? Was kann man denn tun? Was kann man denn tun runter? Nee! Der Unverdiente! Ja! 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 Ich tanze hier! Patient 0 hat wieder gewonnen! Ey! Ja! Kippt! Was ist das los? Oh! Schön ist es! Hmhm! Was ist das denn? Nix! Ich muss los! Ich muss los! Ich muss los! Wie komme ich denn hier? Hallo! Da rüber! Was ist das denn? Nix! Ey! Nein! Nein! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich doch! Puff mich doch! Äh! Alter! Es gibt's hier nicht! Mhhh! Oh! Oh! Es gibt's hier! Es gibt's hier der Pugel! Wie macht man überhaupt diese blöde Kopfnuss noch mal? Ey! Ich hab keine Ahnung! Du machst ihn noch die ganze Zeit! Ich drück irgendwas! Nein! Du drückst aber das gleiche! Ja! Du musst auch wissen, was du drückst für den Kopf, wenn du das gleiche drückst! Nee! Es ist B! Ich hab nur Zahlen hier! Ich seh kein B! Ich weiß nicht, welche Zahlen du warst! Oh Gott! 1, 2, 3, 4! Keine Ahnung! Links ist 4! Rechts ist 2! Rechts! 2! Um ist 1! Rechts! Au! Nein! Ich knock ihn selber aus! Nein! 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 Neb ich die Arme hoch! Neb ich die Arme hoch! Sieger! Sieger! Warum sind da eigentlich nur 3? Moment! Hä? Wir spielen doch zu viert! Warum sind da nur 3 Ballons? Ja, ich glaube, weil ihr beide blau seid! Glaub ich! Wir spielen Arme! Auch nicht schlecht! Und er spielt eigentlich im Team! Hey, Detlef! Wir müssen gewinnen! Meine Mütze! Meine Mütze! Meine Mütze! Boah, komm her Detlef! Komm! Du Schufftode! Unheult! Nein! Nee! Hä? Ach, warte mal! Jetzt habe ich was gefunden! Dann lassen wir mal! Hurra! Boah! Boah, das gibt's! Du Unheult! Du Schufftode! Ach, der hat mir einen Eindruck verloren! Oh Gott! Ich renne fast selber ins Verderben! Ich hab' gewonnen! Komm mit! Ich hab' gewonnen! Ich hab' gewonnen! Detlef doch, da müssen alle weg sein! Detlef! Ich hab' gewonnen! Das funktioniert so nicht! Ich hab' gewonnen! 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 Komm her! Komm her! Ich hab' gewonnen! Komm mit! Ich hab' gewonnen! Wir halt' jetzt noch wartet bis er über ist! Ja! Hab' gewonnen! Kein' gewonnen! Ich hab' gewonnen! Ich hab' mit der Arm hinterm Kopf rumbaumelt! Kann nicht sein! Oh! Au-ua! Ich hab' euch alle gewonnen, kommt mit, ich zieh' euch einfach alle mit, kommt! Nee, 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 ich hab' geboren! Gibt's da eigentlich noch irgendeine Steuerung? Ja, alle Tasten hämmern. Ja, alle Tasten hämmern. Achso. Wer gibt da Handbags? Oh, nicht da hinlegen. Warum nicht? Scheiße. Oh ne, ich muss los. Nee! Hä, wo bin ich denn? Ich war gerade gar nicht drauf. Ich war gerade nicht drauf. Aber Superman. Oh Gott, was gibt's doch nicht? Wo ist diese Scheiß festhalten? Du brauchst endlich mal einen Controller für so viele tolle Spiele. Ja, ich glaube auch langsam. Ich meine, meine Dinger kosten auch nicht viel. Die taugen auch nicht viel, aber die kosten auch nicht viel. Kannst vergessen, Rakuut. Warum? Nein! Steh auf! Hoch da! Nein! Nein! Tschüss! Nee! Niemals! 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 Wo ist denn Detlef eigentlich schon wieder? Detlef? 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 Das klappt nicht! Detlef, wo bist du wieder? Nein! Detlef? Detlef? Hallo? Bist du da? Vekta! Lass mich los! Lass mich los! Nein! 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 Nicht kuruen! Nein! 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 Kuruen! Das tut so weh! Hau ab! Au! Häh? Der kommt doch wieder raus! Nein, 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 stirb, stirb, stirb endlich, du kommst mit, was? Die grüne Gang gewinnt. Ja, die grüne Gang. Ich brech ab. Du machst das nicht stolz. Sag der, der schon am Anfang weg war, ich weiß gar nicht, wohin warst. Alter, was ist denn los mit der? Warte, 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 mein Mikrofon stürzt ab. Mein ganzer Arm stürzt ab. Mein Mikrofon stürzt ab. Du hast mein Bart. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Du hast die grüne Gefahr hier. Sonst gewinnt er noch. Nein! Detlef, du musst das machen. Toll. Detlef, mach was. Detlef, nicht springen. Jetzt kitzelt er nicht mit dem Bart im Gesicht. So, halt, Detlef haut sich selber. Jöööööööööö. So. So. Also, Detlef, los, Detlef. So. Detlef, du musst das blaue Team. Stolz machen. Oh, es ruckelt. Es ruckelt bei mir total. Detlef, Du hast totale Chance, du hast eben nicht geschafft, obwohl ich gar nicht drin bin. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Was macht ihr da? Komm her, ich will ihnen den Kopf los geben. Komm, komm her. Niemann. Jetzt leid ich fertig. Grüß mich, küss mich, küss mich. Ich bin dein Vater. Ich bin das Covid. Scheiße, komm, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Hoch, 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 hoch. Nicht mich, mich, mich. Nein, nein, nein. Hau drauf. Hau drauf. Nö, 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 nö. Nein, du Autos musst aufhauen. Du musst loslassen. Oh Gott. Niemann. Lass ihn los, Detlef. Lass ihn los. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Lass ihn bewegen kann er. Detlef, hast du sehr gut gemacht mit meiner Unterstützung an der Tastatur. Hau drauf. Hau drauf. Nö, 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 nö. Hau drauf. Du musst los reten, nee. Hey. Du musst los reten. Tijk latch, santa! Nee. Du musst los. kann sich mal das steht auf gang ich glaube da darf nicht auf gang stehen ok let's go aber heiß auf gang gewonnen nein es ruckelt es hat voll geruckelt yeah 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 der hat extra die leitung manipuliert ich hab mal die leitung genagt so hinterhält ich sich den sieg holen ja aber ehrlich yeah ich hab gewonnen bros team hat gewonnen das hat mal wieder sehr viel spaß gemacht unsere erste runde von gangbeats falls es euch gefallen haben solltet ihr gerne beim nächsten mal wieder ein wenn es heiße gangbeats oder irgendein anderes let's play bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss